Sieht das jetzt treppenmäßig aus? Das sieht doch treppenmäßig aus, oder? Fällt die Treppe... äh, Treppe? Treppe? Ja klar ist das ne Treppe. Das hier soll aber keine Treppe sein, sondern, äh, ein Tunnel. Tunnel! Dreck! Ochdi, hoppdi. Nick, nick, nick. Ach ja, und das ist auch weg, dass man, wenn unten Gras ist und man einen Block drüber setzt, dass das Gras verschwindet. Und man nicht mehr dieses Problem hat, wenn man irgendwo was bauen will, dass man sich da erstmal drum kümmern muss, äh, die Landschaft da frei zu kriegen. Das fand ich nämlich sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Sehr nervig. So, also wir machen hier halb... ach, genau, dann können wir hier ja einfach die verkehrten Halbstufen und dann ist das fertig, dann ist das schick. Ähm, dann müssen wir uns hier nur um... Hier rum kümmern, was muss man hier rein? In diese Lücken. Ähm, hopp, 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 hopp. Hm, das könnte ein Problem werden. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie haben wir das hier unten gemacht? Die Treppe hört auf, da wo es aufhört, äh, noch zwei nach unten. So, jetzt können wir das hier uns gleich mal anschauen. So, ja, voll die richtige Musik hier für die Nacht. So, hier hört man das auf und zwei nach unten und dann... Äh, dann ist das hier, Alter. Ne, Moment mal. Das kann so nie sein. So, und dort noch eins und dort oben noch so eine Halt. So sieht das dann aus, so ein bisschen, ja, hier von unten. Boah, ne? Ist jetzt nicht das Highlight, wenn man unten... Ich wollte, ich habe extra Redstone vorhin genommen, die sind vom Licht so ein bisschen weicher. Ah, was war das? Ähm, die normalen, äh, Fackeln sind halt wesentlich heller. Die scheinen dann hier mehr rein. Ich finde dieses Weichere aber eigentlich irgendwie ganz cool. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier halbwegs brauchbar wieder zu unserem Haus kommen. Und ich habe die Tür offen gelassen, was keine gute Idee ist. Wegen der... Oh, die ist ja weg. Heinz? Ihr habt... Ne, können wir noch nie. Ich hau mir noch mal ein Brötchen rein. So. Mop. Mop. Dum, dum, dum. Ha, 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 ha. Hallo. Hallo. Ihr seid also wie Spinnen. Das ist interessant. Gut zu wissen. Sehr, sehr gut. Ja, wenn dann hier oben noch die Decke reinkommt, sieht das, äh, brauchbar aus. Hopp. Hopp. Hier noch eins und da rein. So, äh, schubliwupp. Hopp. 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 Hm. Das ist falsch. So ist richtig. Hm. Die Knie. So, da noch, so noch, so. Ich muss ja nie sonst wie weit da rausstehen, äh, Dings stehen, dran vorbeistehen. Und hier müssen wir dann da runter und dann sind wir ja schon hier. Oh, right, das ist dafür, nicht, oder? Da wird die Fackel, äh, da wird die Fackel sowieso nicht. Die Schaufel wohl nicht halten bis hier oder, so. Der Baum hier muss weg. Der behindert mich und mein edles Ross, das seh ich jetzt schon. Und zwar der hier. Da komm ich dann bestimmt hier dran vorbei. Ich habe übrigens auch... Ich glaube, das Problem ist nämlich, wenn wir die Katzen... Mulle-Meets, Mulle-Meets. Ne, die rennt. Naja. Ich glaube, wenn man schleicht, geht das besser. Ein Volldrei. Wir brauchen noch drei Treppen. Ne, vier sogar. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, vier. Genau das, was wir noch haben. Ja, wofür es noch reicht? Ne, was eine Dings ausmacht. So, ich hätte gern vier Treppen richtig geschnitten. So, gut. Ja, also wenn man hier drauf läuft, sieht man ja die Fackeln neben. Wenn man hier dann natürlich so seitlich... Ja, klar, da sieht man die. Aber... Ja, nix aber ist halt, ne? Wir können ja nix machen. Und dann hier oben noch einen Halbstein. Dann können wir sogar zwei nehmen. Also, ha, da haben wir die drei sogar gut ausgenutzt. Ui! Eins, zwei, drei. Drei. So. Hä? Wo war's hin? Oh. Und hier, und hier. Ja. Dumm, 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 dumm. So, jetzt muss ich noch überlegen. Hier gehen wir ja dann noch weiter. Und hier haben wir dann... Lalalalala. Hier kann man es dann zur Trampelfahrt eigentlich wieder verkommen lassen. Verkommen lassen ist da relativ. Und dort drin... Also, wie gesagt, wenn wir diesen Unterschlupf dort bauen, wäre eigentlich so ein James-Bond-Dingens... äh, quasi die, 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 die Ultima-Fist. Diese Diamanten-Faust eigentlich echt ganz praktisch. So grundsätzlich gesungen. So. Welch herrlich, äh, gezogenes Tunnel da in. Oh, du Tunnel, du wunderschöner Tunnel. So. Das machen wir da noch weg. Bei der Tunnel. Ach, scheiß drauf. So. Hier so. Da und dort. Und da noch. Und dann müssen wir hier wieder... Und dann machen wir das wieder weg. Und machen dort noch eins hin. Ach, nee. Was weiß. Ja, muss ja hier auch so ein bisschen... Nee, das sieht richtig. Ja, ich hab hier die Natur, äh... Ich hab da nicht so viel bei. Die Scheussschaufel. Ein Dreierweg, das heißt, der Weg muss natürlich auch drei sein, wenn er sich dorthin... in einer oder authentischen Weise erschließen lassen will. das wird deswegen die drei hier was macht das pferd da drin ach ja weil ich das kater so dem ich springen sehe das soll auch geändert sein mit den neuen die die mobs gekriegt haben oder glaube ich alle gern alle kreaturen und zwar dass die nix mehr versuchen so dumm zu springen überzeugen ja also das soll aber auch gefixt sein moment ich habe doch etwas kies und ich habe schon ein bisschen stein sie fahren mit sie waren hier richtung links könnte der weg dann eigentlich wieder langsam von der festigkeit und qualität wieder ein wenig zu nehmen weil das ist ja neu gebaut dort hinten machen wir denn hier die kuppels und dort hinten kommen dann auch noch so auslaufend so ein paar steinziegel hin das ist mein weg junge ist das hier weg ich habe es so richtig nach vier den stein lassen wir dort der sieht naturell auf dem boden ist ja normaler stein nicht schlimm aber hier ist der auch noch drin gott so das ist der weg das muss man ja nicht übertreiben hier ist vielleicht ein bisschen wenig so die katze ist sauer ja das ist der nachteil an dem haustier die ist jetzt erst mal angepasst weil die kein fressen hat dass sie selber dran schuld ist weil die draußen rum rennt ist ja nicht ganz klar man muss war die jetzt nur kurz sauer oder wat so dann fristen hä die klatscht mir nur immer eine oder wat Mann! Was sieht die Katze hier aus? Das ist ja... Ding der Unmöglichkeit. So, was ist mit euch? Da wird nichts draus, wa? Woran liegt das? Erzähl mal. Was ist euer Problem? Seid ihr jetzt wo Kerle, oder? War das ein Ja? Oder seid ihr jetzt wo Mädels? Das würde ja auch so nicht funktionieren. Ach ne, und der Hase geht mir ein wenig direkt auf den Senkel, weil der mir nämlich genau da das Feld kaputt macht. Man kann zwar drüber laufen, aber man kann nicht drauf rumspringen. Blödes Hoppelfieh. Hopp! Und hopp! Meine Ho! 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 Du! Ich wollte eigentlich zuschlagen, aber... Schmecke Stahl, Übeltäter! Hasen haben ja ein sehr schwaches Herz. Die, äh, ja, erschrecken sehr schnell und können da dann natürlich sehr schnell an dem Herz... äh, 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 Stillstand draufgehen. Wegen dem schwachen Herz halt. Und, äh, der erschreckt ein Schwert auf den Kopf zu kriegen, ist halt meistens so, dass die dann direkt nach fahren. Das zurück, und das zurück, und das zurück. So. Naja, ansonsten können wir es für unseren, äh, Pegasus, der dort bald mal rauskommt, nutzen. Mit dem kann man auch fliegen. Oh! Blöde Katze, komm mit! Komm mit! Komm mit! Mann! M什麼! Äh, mh! Ehh! The darkness! The cat darkness! Oh! Pja, ja, greif zu meine Tentakeln! The catness! Ach jetzt pennst du, oder was? Das ist ja, wird ja immer besser. Ja, und ihr? Mit euch ist ja auch nichts los. Ach ja, ist das Leben nicht schön. Das Minecraft-Leben, ja, es ist nicht schön. Jetzt muss man hier erst mal mir verstauen. Wir haben das Wegelchen gebaut. Legen wir erst mal wieder ab. Das, was wir ablegen können. Oh, eine Katze. Oh, eine Lederjacke. Knüchelchen und ich könnte mir Pfeile machen. Ich mach mal Pfeile. Schadet ja nie. Und ein bisschen Holz mach ich auch gleich mit bei der Gelegenheit. Und viel zu viele Sticks mach ich auch gleich mit dazu. Pfeile! 39 Pfeile. Sehr schön.